Betriebsgeheimnissen was nicht verpasst von sie man ist er wieder da hört sich so an und zack auch fitten A wie soll ich eigentlich immer ficken ich bin bestimmt sexsüchtig bald als er hat immer noch nicht gepackt aber wir scheinen auch meine Maus nicht da auch passiert sie geht aber nicht es ist nicht vor prüfen können ja vorhin ging sie ja ja auch vorhin echt jetzt auf Florian ich spring voll guck mir ins Maul wo k fahrg 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 1 fahrgabend Arie war also wie machte ich weiß es nicht ich mache mal ich mache immer vom ersten Block hier direkt wie jetzt direkt von vorne beim ersten Block hier also hier so direkt am Glas ach so ein einzig Punkt an zwei den Doppel in Doppelsprung mal schon ja das was sie auch auf uns zu bieten irgendwie muss das so funktionieren sie sagt man muss auch nah am Glas bleiben also und man muss auch schon man muss auch springen als man muss auch springen man muss sofort die Kamera drehen also sofort die Beckenke wie schon gesagt Vorträge das habe ich natürlich nicht gemacht ich auch war alles ist verkommen es Magen o war er kriegt immer wieder die Krätze weißt du solche Challenges sind irgendwie voll kacke man richtig kacke es ist mir sowieso noch ein Rätsel wie passiert es direkt dann oder 2 R er hat irgendwie eine Technik die immer funktioniert er hat 8 Schale die ist klar der Arzt sein vorab ich muss nur noch akadiert es ist der 1 keine Ahnung aber der jüngste ist ja nicht mehr Nene also so um die 50 würde ich schon sagen holland aber noch lange nicht so ein wie Otto Weickes und er hat sie die Hallerfaden oder Dieter Bohlen ja Dieter Bohlen ist bestimmt schon 500 5 Polen hat von Christus wurde er geboren ja jetzt aber das wird jetzt wird das meine Runde René er hat meine Aufmerksamkeit zu Prozent das war noch er jetzt ist das meine er hat genau der Passiv das machst du Hallo nicht machen denn es ist langweilig wir machen was anderes aber nicht dass sie ja wieso nicht weil es unerlaubt ist weil uns stößt damit ein Grund zu schlagen doch Elke behindern Herr Aarhus hätte ich auch geschlagen ja er hat eine Wange hin und sagt ja auch noch Traum oder was auch immer als ob er mit meiner Eltern übergebracht er wird und siehst du die ja als ob ja wieder aufs Maul gehauen ja das hat echt gemacht ich habe gesagt hier noch mal andere oder habe ich schon die die Poste der Fresse gehabt er geht 8 8 scheiße was dann sagt man das gleiche die Welt aber da ab und ab und oder 8 Fick nennen woran ich will doch nur wo ich springe jetzt schon in die Klasse heute wieder Realität Brunner das ist sie ich bin ich aber war nachfälliger oh ja jetzt kommt irgendwann die Lerbeck es kommt in den Zinsenstern und von den Fressen das hat Christa hat sich noch an die Sprache erlaubt wird nie gar nicht 2 über 500. für mich er hat man erzählt der ich hoffe dass er war schon bei der nächste folge schreibt schon mal und in die kommentarbox weiter also die folge ist doch wo ihr euch aufregen soll ob das jetzt erster die einfach und wacht was findet ihr besser Family Guy oder Simpsons? Family Guy Passieren Du vielleicht aber andere unbedingt nicht Zum Beispiel eine Schwester Mark Simpsons Verbrennen sie So eine Hexe Im Schlaf, ne? Ja genau, bringen sie im Schlaf Ja, oder in den Mikrowälder Die ist doch kein Gremlin Ja, und? Das ist keine Ausrede Ja die schöne Mikrowelle, Junge Tja Musst du mit leben Kauf dir ne neuer Ja Na klar Ja Mein zweiter Himmer Mann Aber wer ist eigentlich dümmer, Homer oder Peter? Homer Okay, wenn du meinst Junge, Homer arbeitet im Atomkraftwerk und was macht Peter? Ja, aber was macht er da ne? Also Der ist in der Spielfabrik und macht ne Scheiße Der etwa auf Wikipedia steht, da sei geistig behindert sei Nein, nein, der arbeitet bei dieser Brauerei im Büro Ach ja, das ist dann sein neuer Job Der ist schon ziemlich lange sein neuer Job ist Toll dass das war ist Aber der hat auch mal eine Zeit lang in seiner Spielfabrik Spielzeugfabrik Spielfabrik Spielfabrik ist das anderes Mann Ja Aber das war in den ersten Staffeln Und dann hat er die Tabakfirma, die aufgekauft hat Ja Und dann die Folge, wo Peter irgendwie Na, der Chef oder so da war War, ja Und dann musste er sich ne neue Arbeit suchen Und ist dann in die Brauerei Einmal zum Aufwachen Hey Hey Ich muss hier extra wegen dir die Leiter nochmal hoch Hey Voll unweigh, aber egal, sag's kein Aber mein Arm tut voll weh Boah Mann Ist das Öl Okay und Zack Boah, zack, zack Und zack Irgendwie ist das eigentlich nur klack Ach Gott Eigentlich nur Glück Außer wenn man am Ende nicht springt Das ist doch nicht mehr so lucky Und der Fuck Passi Aber ich die Meisterbrücke an Wer ist das gemacht? Wer ist das gemacht? Mach mal Mach mal die Zeit auf Null Sauberpass Ah, jetzt, jetzt weiß ich genau wie da Ja So, na Ich hatte sofort auf Tee gedrückt, als ich gesagt Setz mal die Zeit auf Null So Guck mal Ja, so Ich hab's ja auch schon ziemlich weit geschafft Super, ich hab's jetzt genau gesehen Ja, sauber Ja, sauber Ja, los René Ja, so hab ich das die ganze Zeit dann gemacht Ja, aber es ist schwer so die ganze Zeit Ja, sauber 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 Ja, aber das ist für FIFA ausgegeben Ja, aber ja, wenigstens kann ich die offene Liga gewinnen passen Aber kann ich auch Ja, hat man gesehen Hab ich heute sogar Ja, ja Boah 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 Sonst fliegt aus der Gruppe. Kommt mal an, aber DC Universe Renéner. Da sah einer aus wie Hulk bei den Helden. Der sagt genau so aus. Das ist eine Ping. Der hatte wirklich wieder Hose und so fette Muskeln und einen grauen Körper und die gleiche Fresse. Richtig episch. Aber leider ist er kein DC, oder? Hä? Äh, Hulk. Die DC ist Marvel. Na, ich meine... Marvel, ne? Hulk ist Marvel. Deswegen wird auch bestimmt der Typ, der sich wie Hulk gekleidet hat, von einfach verprügelt. Auch von den... Marvel ist auch X-Man. Ich weiß, deswegen hab ich ja wohl... Und ich halt... Ist ja auch ein... Neuer Rientiles auch gekommen, ne? Neuer Kinos. Hast du schon drin? Ja. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Nein, das ist gut. So gut sie gehört, wort sie? Hab ich nie gesehen. Sie fand mich gut. Ich hab ihn nie gesehen. Gegen das Glas ist das Kacke. Ach, an der Glas hängengeblieben, Mann! Das liegt an der Map, die irritiert mich. Bei den ersten drei Gläsern hat er noch diese Half-Steps drauf gemacht und bei den letzten hat er die nicht drauf. Schon klar, bro. Das verwirrt mich. Ich möchte gerne diese mit überspringen wegen Verwirrung. Okay, dann wenn du ein Schild riskieren willst. Nein, 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 das ist ja wegen Verwirrung. Sie sind Schellen, sie sind Challenge. Ich habe doch gesagt. Nein, er hat gesagt. Der hat mir gesagt. Der hat mir gerade gesagt. Ich habe gerade gesagt. Das soll dann kriegt ein riesiges Fettes Schild für die ganze Map. Ja, das sollte René eigentlich schon bekommen haben. Haha. um ich kann sie nicht mehr sagen dass sich das dann kommen und jetzt war es alles noch mal von vormachen der Falle vorliegt das war er sich hat das vorhin abgemacht ja ja wirklich naja nein René jetzt stört er uns na ein paar sieben was das nicht nein dann dürfen die mehr überspringen und kriegen kein Schild feld er heißt es ist mir doch egal